Hallo, in diesem Video möchte ich mir kurz die Lösung dieser Aufgabe hier anschauen. Auch das ist ein Beispiel, das mir ein Stellen-Pay mit zugeschickt hat. Vielen Dank dafür. Hier geht es um einen temperaturabhängigen Widerstand. Ich zoome mal ein bisschen rein. Also wir haben zwei Glühlampen. Von denen ist so ein Nennarbeitspunkt angegeben. 230 Volt ist unsere Netzspannung. 60 Watt und 100 Watt sind so ganz normale Glühlampen, die man früher kaufen konnte. Ich glaube, jetzt sind die mittlerweile ziemlich schwer zu bekommen, weil die ja einen sehr schlechten Wirkungsgrad haben, ziemlich viel Wärme erzeugen und ziemlich wenig Licht, weil da eben ein Glühfaden drin ist. Aber das sind eben schöne ohmsche Lasten. Also das, was sich hinterher verbirgt, ist eigentlich in erster Nährung erstmal Widerstand. Und die werden jetzt beide in Reihe betrieben. Und zwar an einer Spannungsquelle, die 230 Volt hat. Als Gleichspannungsquelle könnte letztendlich auch eine Wechselspannungsquelle sein mit diesem Effektivwert. Aber also diese Lampen sind dafür gebaut, einzeln betrieben zu werden. Jetzt werden die eben in Reihe betrieben. So und die sollen eben durch Widerstände repräsentiert werden, wie schon gesagt oder dargestellt. Schaltplan sieht dann so aus. Ich weiß nicht, warum hier ein Tippfehler ist, dass mal jemand abgeschrieben hat und nicht ganz aufmerksam war, aber egal. So und zunächst sollen die beiden Widerstände mal konstant sein und nicht von der Temperatur abhängig. Und was die dann natürlich in der Praxis, in der Realität sind, wenn das eine Glühlampe ist mit so einem sehr dünnen Faden, wo die Elektronen beim Stromfluss sich da so durchzwängeln und aneinander reiben und eben Wärmehitze erzeugen und den zu ein paar tausend Grad Celsius erwärmen, sodass der eben glüht, naja, dann ändert sich der Widerstand des Drahtes eben schon ganz erheblich. So und das soll mal im zweiten Teil der Aufgabe betrachtet werden. Und zwar ist dann hier so eine Nährungsformel gegeben, also dass, wenn der Widerstand, nein, wenn die Spannung an dem Widerstand ansteigt, dann proportional zur Wurzel dieser Spannung soll auch der Widerstand ansteigen. Und hier steht einmal so ein Faktor 60, hier steht einmal so ein Faktor 35. Die sind, glaube ich, so gewählt, dass da dann ungefähr so diese Widerstandswerte wie vorher rauskommen. Und damit das von den Einheiten her passt, ist hier einmal die Spannung durch Volt geteilt, sodass das einheitenlos ist. Mal diese 60 ergibt immer noch was einheitenloses und das ergibt dann eben den Widerstand in Ohm. So und dann gibt es hier noch so ein Diagramm dazu, das hat unglaublich schlechte Qualität, aber hier ist letztendlich ja dieses Falten gezeigt. Also hier ist so ein Teil einer Wurzelfunktion gezeigt und ich glaube, dass das mal jetzt jemand hier versucht hat einzuzeichnen. Denn so ein bisschen ist diese Arbeitspunkte, die sich daraus ergeben, die, ich weiß nicht, wo die 700 Ohm herkommen, die werden wir vielleicht zwischendrin mal irgendwo ausrechnen. Und ja, also diese Kurve hier für R1 und R2, da steckt dieses Wurzel über der Spannung drin. Also wenn man die jetzt hier so weiterführen würde, ist das so ein Teil einer Parabel. Und eben mit einem Faktor 60 und mit einem Faktor 35 ist die eine höher und die andere eben ein bisschen flacher für R1 und R2. So und dann soll, ja, sollten immer die Leistungen ausgerechnet werden, die jeweils in den beiden Lampen, von beiden Lampen aufgenommen werden. Nämlich einmal in diesen Teil A und einmal in dem Teil B. So und wie so üblich nehme ich jetzt mal das und kopiere das in mein Zeichenpad rein. Da ist es und packe das mal hier einfach so an die Seite. Das ist jetzt nicht wahnsinnig groß. So und dann hat dieser Student, der mir die Fragen geschickt hat, auch schon so einen eigenen Lösungsvorschlag zumindest für Teil A mitgeschickt. Den packe ich ja auch mal hin. Den können wir jetzt auf jeden Fall mal diskutieren. Dafür nehme ich mal einen Rotstift oder vielleicht nehme ich einen Grünstift. Das sieht nicht immer so falsch aus. Also es hebt hier auf jeden Fall gut vom Hintergrund ab und man kann sich überlegen, was hier passiert. So, also wir wissen von diesen Glühlampen eben diese Leistungsdaten. Und wenn ich das jetzt nochmal so aufschreibe, wir kennen das Ohmsche Gesetz, USR mal I. Und wir wissen auch, dass sich Leistung ergibt aus PSU mal I. und wir kennen ja jetzt hier jeweils immer Spannung und Leistung. Also wenn wir das Ohmsche Gesetz mal noch in Richtung des Stromes umstellen, P ist I ist U durch R und das jetzt genau an der Stelle einsetzen, dann kommt hier raus P ist U Quadrat durch R. Und wenn wir die Formel mal nach R umstellen, also das R jetzt hier hoch multiplizieren und das P hier runter dividieren, dann kommt da genau diese Formel raus, die hier vorne steht, mit der wir dann aus der jeweils gegebenen Spannung und der gegebenen Leistung die Widerstände ausrechnen können. Und das ist hier passiert für diese beiden Fälle. Da kann man sich auch überlegen, also ich schreibe mal die Gleichung vielleicht doch nochmal um. R ist U Quadrat durch P. Und wenn man sich jetzt die Einheit von dem Widerstand hier anschaut, ob das so passt, also oben steht Volt Quadrat, unten steht die Leistung, steht ja hier, ist Volt mal Ampere. Dann kürze ich genau ein Quadrat gegen das Volt hier, bleibt Volt durch Ampere über und das sind eben Ohm. Also das sollte von den Einheiten ja funktionieren. Für die Zahlenrechnung nehme ich jetzt mal noch Octave zur Hilfe. Ich mache das mal ein bisschen kleiner, sodass ich das hier noch irgendwo hingebaut bekomme. Und tippe mal die Zahlenwerte ein, also die Spannung, die wir hier auf jeden Fall erst mal haben, sind diese 230 Volt und die Leistung P1 nennen, nenne ich das mal, das soll 60 Watt sein. Und damit können wir jetzt den R1 ausrechnen, das ist U Quadrat durch die Nennleistung in der ersten Gühlampe. Und das macht genau diese 881 Ohm, die da oben stehen. Und wenn ich das jetzt noch für die zweite Nennleistung mache, das sind 100 Watt. In einer 100 Watt Glühlampe, da fließt ja mehr Strom, wenn bei gleicher Spannung mehr Strom fließt, muss der Widerstand kleiner sein. Das sagt uns ja auch die Formel hier, wir teilen durch die Leistung, größere Leistung macht einen kleineren Widerstand. Und dann kommen da eben 529 Ohm raus. Und das sind genau die Zahlenwerte, die hier oben stehen. Also da kann ich mal so ein Häkchen hinter machen. Das stimmt, das stimmt. Und jetzt hat hier die Person einfach noch das zusätzliche Schaltbild noch mal gezeichnet. Und jetzt kann man eben sich direkt überlegen, na ja gut, wie kann ich diese Leistung hier ausrechnen, die von den Lampen aufgenommen wird? Also Formel steht hier oben. Jetzt brauche ich die Spannung dann hier an der Stelle. Also P1, das U ist hier so ein bisschen missverständlich. Also das muss U1 sein. Es darf jetzt nicht die gesamte Quellspannung sein. Oder na ja, sagen wir mal so, die Formel hier, da müsste hier auf jeden Fall auch ein R1 stehen. Also das ist U1. Das ist die Spannung U2. Und U1 Quadrat durch Einzelge P1. Jetzt die Frage, wie kriege ich das U1 raus? Das kann ich zum Beispiel mit Spannungsteilerregeln machen. Also das, was hier steht, das ist eigentlich ein Spannungsteiler. Und für diesen Spannungsteiler im Spannungsteiler steht, wenn wir die Teilspannung wissen wollen, ergibt die sich aus dem Teilwiderstand geteilt durch den Gesamtwiderstand hier unten mal die Gesamtspannung. Das Ganze zum Quadrat mal 1 durch R. Und dann kommt da ein Zahlenwert raus. Und genau so kann man P2 ausrechnen. Und also ich hätte das jetzt vielleicht so gerechnet, aber das kommt am Ende natürlich auf genau das Gleiche raus, dass ich sage, ich rechne mal hier diesen Strom aus, der hier fließt in dieser Masche. Den Strom I. Und der ergibt sich einfach als UQ durch R1 plus R2. Und da kann man auch Zahlenwerte einsetzen. Und dann könnte man hier eben genauso rechnen. I Quadrat mal R1 und hier analog eben genauso I Quadrat mal R2. Und das mache ich jetzt auch noch mal rasch in Octave. Also wenn man mal Spannungsteilermäßig diese Teilspannung ausrechnet, R1 durch R1 plus R2 mal U, UQ. Ich hätte das vielleicht UQ nennen sollen. Na um das U, ich nenne das jetzt weiter ein U. Dann kommen da 143 Volt raus. Das ist die Spannung oben in der Schaltung. Wenn ich das mit der zweiten Spannung mache, kommen da 86 Volt raus. Wenn ich U1 plus U2 rechne, was sollte da rauskommen? Na da sollte natürlich wieder die Gesamtspannung rauskommen. Die Quellspannung 230 Volt. Das passiert auch. So und jetzt kann ich P1 ausrechnen. Eben aus U1 Quadrat durch R1. Dann sollten diese 23,44 Watt rauskommen. Das passiert auch. Analog kann ich das machen mit der Leistung P2. Dann sollten da diese 14,06 rauskommen. Ups, hier fehlt natürlich das R2 noch. 14,06, das passt auch. Und genauso könnte ich jetzt die Leistung P1 ausrechnen, indem ich I Quadrat rechne. I Quadrat und das Ganze mal R1. Dann sollten auch wieder 23, was rauskommen. Ach so. Schöner Fehler. Was ist hier passiert? Ich habe den Strom einfach noch nicht ausgerechnet. MATLAB hat jetzt für I die imaginäre Einheit eingesetzt. Für Groß I, das ist natürlich falsch. Also ich muss erst mal I ausrechnen. Das ist U durch R1 plus R2. Da kann man sich jetzt überlegen, da sollten irgendwie ein paar hundert Milliampere oder so rauskommen. 163 Milliampere, das kann schon größenordnungsmäßig irgendwie so passen. Wenn ich jetzt nochmal P1 ausrechne, jetzt sollten aber die 23,4 rauskommen, kommen auch. Und genauso die zweite Leistung I Quadrat mal R2 sind wieder 14,06. Okay, damit kann man diesen Aufgabenteil A wunderbar abhaken. Also das stimmt alles. Das passt so. Für Aufgabenteil B nehme ich mal wieder eine andere Farbe und hoffe mal, dass ich den jetzt hier noch irgendwie so mit hingeschrieben bekomme, wenn ich nicht allzu groß schreibe. Also in B haben wir jetzt ja diese Formel hier. Und tja, jetzt kann man sich wieder so ein bisschen überlegen. Also alle Gleichungen, die hier oben stehen, die gelten ja weiterhin bloß, dass das R1 und R2 jetzt nicht mehr konstant sind, sondern die hängen jetzt auch irgendwie von der Spannung ab. Naja, und ich meine, was man jetzt mal machen kann ist, also wir können mal versuchen, so einen Maschensatz hinzuschreiben und im Prinzip daraus irgendwie so einen Strom auszurechnen. Also ich kann ja mal diese Stromformel nochmal hinschreiben. I ist UQ durch R1. Ja, und für R1 setze ich jetzt im Prinzip diese Formel hier ein. Das wären 60 Ohm mal die Wurzel von, also hier oben, das ist ein UQ von U1 durch Volt. Und da habe ich hier noch ein Plus 1,35 Ohm, die zweite Formel für das R2, mal U2 durch Volt. Naja, und dann stellt man fest, so richtig wahnsinnig viel weiter kommt man jetzt damit an der Stelle nicht, weil, also klar könnte ich jetzt wieder meinen Maschensatz einsetzen. Also ich könnte ja auch sagen UQ, so wie das hier oben sich ergibt, die Quellspannung muss genauso groß sein wie die Summe aus den beiden Spannungen an den beiden Widerständen. Ja, und jetzt könnte ich das nach U1 umstellen, dann kann ich das U1 durch den UQ und U2 ersetzen, aber dann habe ich immer noch, also im Moment habe ich ja drei Unbekannte in der einen Gleichung. Ja, jetzt kann ich noch eine zweite Gleichung mit dazu nehmen. Jetzt habe ich zwei Gleichungen für drei Unbekannte, das hilft mir auch noch nicht so richtig. Irgendwie, tja, komme ich damit noch nicht so ganz weiter. Habe ja jetzt aber auch irgendwie schon alles eingesetzt, was man so weiß. Also, tja, also was man, was man vielleicht noch weiß, das steckt jetzt hier so halb, halb explizit drin, also es ist natürlich USR mal I. Also das gibt mir eine Verknüpfung zwischen Spannung und Strom und das könnte ich jetzt ja mal hier einsetzen, in diese Gleichung, in diese Nummer hier. Also ich schreibe die mal ab und schreibe mal hin, R1 wäre jetzt ja, das ist einfach erst mal abgeschrieben, wären 60 Ohm mal Wurzel. Und hier steht ja U und für das U schreibe ich jetzt einfach das hier oben, schreibe ich hin, das wäre wieder R1 mal I geteilt durch Volt. So, und das sieht jetzt tatsächlich ehrlich erst mal noch komplizierter aus. Aber, also, tja, in der Gleichung taucht jetzt hier eben ein Strom auf. Ja, und wenn wir jetzt irgendwie das hier einsetzen, na ja, dann haben wir hier einen Strom und hier einen Strom und hier dann haben wir nur noch eine Unbekannte in der Gleichung. Das ist total gut. Und das hilft uns dann irgendwie enorm weiter, erst mal den Strom auszurechnen. So, jetzt ist hier so ein bisschen das Problem, also hier steht ein R1 und hier steht ein R1. Deswegen mache ich Matrix 17 und quadriere mal die Gleichung. Dann kommt hier ein R1 Quadrat, hier kommt ein 60 Quadrat Ohm Quadrat raus und hier fällt einfach diese Wurzel weg. Also hier steht dann R1 mal I durch Volt. So, und jetzt kann man wieder durch ein R1 teilen. Der Widerstand sollte ja nicht 0 sein, das wäre nicht sinnvoll. Wenn ich durch ein R1 teile auf beiden Seiten, dann steht auf einmal da, okay, R1 ist 60 Quadrat Ohm Quadrat mal den Strom durch die Spannung oder durch die Einheit der Spannung, nicht die Spannung, sondern die Einheit der Spannung, das Volt. Das sieht jetzt auch alles immer noch ein bisschen komisch aus. Deswegen mache ich jetzt Matrix 17. Ich mache mal aus dem Ohm Quadrat ein Ohm mal Ohm und aus dem einen Ohm schreibe ich Volt durch Ampere und dann kürze ich das Volt gegen Volt und dann bleibt über R1 ist 60 Quadrat Ohm mal der Strom durch Ampere. Und genau das Gleiche kann man jetzt natürlich analog-äquivalent für den zweiten Widerstand hinschreiben, das wären 35 Quadrat, nicht Ohm Quadrat, sondern nur Ohm, genauso mal den Strom durch Ampere. So, und das drückt jetzt im Prinzip irgendwie genau das Gleiche aus. Also hier stand sowas wie, wenn ich die Spannung vergrößere, proportional zur Wurzel dieser Spannung wird der Widerstand größer. Hier steht jetzt da, wenn ich den Strom größer mache, dann wird eben auch der Widerstand größer. Und jetzt kann man sich überlegen, naja, wenn der Strom größer wird und der Widerstand größer, dann am Ende kommt hier eben sowas raus, wie das dann da, das passt schon mit dieser Wurzel dann wieder zusammen. Auf jeden Fall ist das jetzt was, was wir jetzt ganz wunderbar mal praktisch hier irgendwie so einsetzen können und sagen können, also wir könnten es jetzt hier einsetzen. Hier stand ja mal R1 und R2. Ja, also kann ich, könnte ich mal machen, schreibe ich mal hin. UQ durch, so, und anstatt der alten Formel für R1 schreibe ich jetzt die neue Formel für R1. Also ich schreibe jetzt 60 Quadrat Ohm mal I durch Ampere und plus 35 Quadrat Ohm mal I durch Ampere. Und dann stellt man fest, ja, ich könnte jetzt hier den Bruch einfach, ja, oder ich könnte die Gleichung einfach mal Ampere rechnen, dann würde hier ein Ampere wegfallen und hier drüben würde ein Ampere Quadrat hinkommen. Und dann müsste ich nur noch ein bisschen mit diesen Einheiten hier rumbasteln, dann sollte das im Prinzip so passen. Also mache ich das mal, ich rechne mal Ampere, ja, dann kommt das Ampere hier ja weg, weil ich mal rechne, hier drüben kommt das mit dazu. Also steht hier I Quadrat ist UQ durch, so, und hier bastle ich gleich noch ein bisschen an den Einheiten rum. Oben sind Volt pro Ampere. Naja, viel schöner wird das nicht, aber dann steht da was von Ampere Quadrat. Also letztendlich kommt da raus, ich habe jetzt hier 60 Quadrat und plus 35 Quadrat. Und als Einheit steht dahinter Ampere Quadrat, Ampere Quadrat, die kommen über dem Bruchstrich im Doppelbruch durch Volt. Und das ist auch, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, total sinnvoll, dass das so ist, total gut, weil ich setze eine Spannung ein, teile durch Volt, kriege ich was Einheitenloses, teile durch was Einheitenloses, immer noch Einheitenlos. Dann rechne ich mal Ampere Quadrat, kommt ein Strom raus. So, und der Strom, den kann ich jetzt dann einfach ausrechnen. Tja, der ist, das was hier steht, einfach die Wurzel davon. Also vielleicht mache ich das auch gleich in einem Schritt, mache das Quadrat weg, spare mir ein bisschen Schreibarbeit und ziehe hier eine Klammer drüber. Und dann kann ich den Strom ausrechnen. Und genauso hätte ich das auch hier oben mit der Formel machen können. Also für U1 hätte ich jetzt eingesetzt, das wäre R1 mal I. Und für U2 setze ich ein, das wäre R2 mal I. Dann kann ich gleich ein I ausklammern. Und wenn ich jetzt für R1 und R2 wieder jeweils genau diese Formel hier einsetze, ja, dann kommt da ja im Prinzip genau das Gleiche raus. Also dann kommt da auch aus 60 Quadrat plus 35 Quadrat, das in Klammern mal I Quadrat durch Ampere. Ja, also ein I von hier, ein I von hier, ein Ampere von hier. Und wenn ich das jetzt in Richtung Strom umstelle, ich wollte gerade, ob das jetzt hier von den Einheiten her passt. Ne, das passt eigentlich nicht so richtig. Achso, hier fehlt noch ein Ohm jeweils. Also hier fehlt noch ein Ohm dahinter. Das habe ich hier verschnudert. Dann sollte das auch von den Einheiten passen, weil das Ohm macht ja wieder Volt pro Ampere. Und dann haben wir genau das Gleiche wie vorher. Also die Gleichung hier kann ich jetzt genauso in Richtung des Stromes umstellen. Das kommt, dann kommt auch die hier unten raus. So, damit können wir jetzt in dieser praktisch gleichen Schaltung, aber jetzt mit variablen Widerständen, Widerständen, die irgendwie von der Spannung über ihn und von dem Strom in dieser Masche abhängen, nämlich anhand dieser Gleichung oder dieser Gleichung hier, können wir jetzt den Strom ausrechnen. Und das mache ich jetzt natürlich wieder in Octave und ziehe jetzt mal das Fenster hier hoch, dass ich da die Gleichung sehe. Also wir brauchen jetzt, wir wollen jetzt den neuen Strom ausrechnen, den für, oder den Strom im Teil B. Und der ergibt sich jetzt eben aus der Wurzel von U, Q oder in meinem Octave-Skript U geteilt durch 60 Quadrat plus 35 Quadrat. Und um die Einheiten muss ich mich ja in Octave nicht kümmern. Da mache ich nur noch mal die Klammer zu von der Wurzel. Und dann kommt da ein bisschen mehr Strom raus. Vorher hatten wir 160 Milliampere. Jetzt kommt da ein bisschen mehr Strom bei raus. Kann man sich jetzt drüber nachdenken, ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll? Ist, glaube ich, schwer abzuschätzen, in dieser Reihenschaltung sich zu überlegen, was da passiert. Also das werden wir jetzt gleich im Nachgang hoffentlich noch sehen, wenn wir jetzt mal Leistung ausrechnen, was jetzt hier eigentlich so passiert ist und ob das mit diesem Strom sinnvoll ist. So, ich schreibe erst mal diesen Zahlenwert ab. 218,3. 218,3 Milliampere. Und noch mal zum Vergleich den Strom, den wir vorher hier oben hatten, in Teil A, in dieser grünen Variante. Der stand hier, das waren 163 Milliampere. Kann ich mal hier oben noch ergänzen. 163 Milliampere für den Teil A. So, und jetzt kann man mit dem Strom hier unten natürlich wieder genau mit den gleichen Formeln, die wir hier oben schon benutzt haben, deswegen war das schlau, die hier hinzuschreiben, wieder die Leistung ausrechnen. Also wieder mit dem blauen Stift. Also für die Leistung P1 ergibt sich jetzt I² mal R1. Tja, und R1 müssen wir jetzt noch ausrechnen. R1 steht ja irgendwie hier. Was da jetzt rauskommt, das kann ich gleich mal ausrechnen. Und für P2 ergibt sich eben analog I2 oder I² mal R2. So, und wie groß ist jetzt das R1? Das schreibe ich mal hier hin. Und das R2 kriege ich bestimmt auch noch dahinter. Ja, das setzen wir jetzt einfach ein, den Strom und rechnen das aus in Oktav. Also R1 neu oder R1b nenne ich das mal wieder für Aufgabenteil B, sind jetzt also 60 Quadrat um Quadrat mal den Strom durch Ampere. Um die Einheiten muss ich mich nicht kümmern. Da kommt jetzt ein kleinerer Widerstand bei raus. Und also 587 Ohm. Also der Widerstand, der war vorher größer. Der ist jetzt geschrumpft. Der ist kleiner geworden. Und der Widerstand R2, der ergibt sich aus 35 Quadrat mal I. Das sind 199. Also der ist jetzt auch irgendwie deutlich kleiner geworden. 199 Ohm. Naja, und weil die beide kleiner geworden sind, ist natürlich der Gesamtwiderstand auch kleiner geworden. Ähm, deshalb ist der Strom insgesamt auch angestiegen. Ja, von 100 Dings auf 218 Milliampere. Naja, und warum sind jetzt die Widerstände kleiner geworden? Ähm, ist auch so ein bisschen logisch, wenn man darüber nachdenkt. Wir betreiben die jetzt hier gar nicht an der vollen Spannung. Die kriegen ja nur die halbe Spannung im Prinzip jeweils ab. Also die teilt sich natürlich nicht zur Hälfte auf. Aber auf jeden Fall kriegen die weniger Spannung ab. Das heißt, die sind viel weniger heiß. Wahrscheinlich leuchten die nicht mehr. Wahrscheinlich glühen die gerade mal nur so ein ganz bisschen. Ähm, und deshalb ist der Widerstand eben auch viel kleiner. Und deshalb fließt mehr Strom. So, und, ähm, tja, naja, obwohl jetzt mehr Strom fließt, weil die Widerstände eben kleiner sind, sollte dann am Ende trotzdem weniger Leistung rauskommen. Und die kann ich jetzt ja mal auch noch ausrechnen. Also P1, ähm, konnte man mit I² mal R ausrechnen. Ist nämlich halt IB, den Strom von Teil B und den Widerstand R1 vom Aufgabenteil B und rechne damit eine neue Leistung raus. Und dann sind das 27, ähm, 27,9 oder sagen wir mal 28 Watt. Ich habe mal leichte Probleme, meinen Mauszeiger zu finden. Ähm, und das wundert mich jetzt, dass da mehr rauskommt. Ähm, ich rechne das mal noch für die, zweite Leistung aus, IB² mal RB2, das sind 9,8. Das sind jetzt irgendwie deutlich weniger. und, ähm, also die Leistung ist sogar ein bisschen gestiegen und die Leistung ist ein bisschen weniger geworden. Jetzt kann man das natürlich mal noch für die Spannung ausrechnen. Also im Moment so ganz sicher bin ich mir nicht, ob meine Lösung passt. Deswegen mache ich jetzt mal einfach noch so ein paar Plausibilitätschecks. Also ich schreibe mal hin, das hier waren 28, das runde ich mal auf 28 Watt. und den anderen Teil, da schreibe ich mal 9,5 Watt hin. Ja, also im Vergleich zu dem hier oben, die Leistung ist sogar noch angestiegen. Die andere Leistung ist kleiner geworden. Ähm, das, ja, also kann man sich überlegen, ist auch so ein ganz bisschen logisch, dass das so passiert. Ähm, weil, also hier ist es ja auch so, ne, ähm, wenn man es hier schon bei Tal anguckt, also ich habe eigentlich eine Lampe, die setzt eigentlich weniger Leistung, um eine 60 Watt Lampe. Ähm, in der 60 Watt Lampe wird jetzt dann aber im Vergleich von den beiden die größere Leistung umgesetzt. In der eigentliche 100 Watt Lampe gibt es viel weniger Leistung. Und das liegt daran, naja, die Lampe mit weniger Leistung, die hat einen größeren Widerstand. Die Lampe mit mehr Leistung hat einen kleineren Widerstand. Wenn ich die jetzt in Reihe schalte, dafür sind die aber auch gar nicht gedacht. Die sind ja dafür gedacht, dass ich die jeweils an 230 Volt betreibe, nicht in Reihe geschaltet, an 230 Volt, ne. Dann fällt an der Lampe mit der kleineren Leistung, mit dem größeren Widerstand, fällt mehr Spannung ab. Ähm, an der Lampe mit der größeren Leistung, mit dem kleineren Widerstand, fällt weniger Spannung ab. Und weil hier mehr Spannung abfällt, wird hier auch mehr Leistung im Prinzip am Ende umgesetzt. Also selbst, obwohl ich hier durch den, ähm, größeren Widerstand teile, weil die Spannung zum Quadrat da eingeht, ähm, gewinnt sozusagen die Spannung. Also größere Spannung macht am Ende größere Leistung, kleinere Spannung macht kleinere Leistung. So, und das wird hier nochmal so ein bisschen stärker. Ja, weil, naja, das, aufgrund dieser Widerstand ist proportional zur Wurzel der Spannung, verstärkt sich dieser Effekt. So, ich rechne jetzt mal aus den Widerständen und aus dem Strom, den wir jetzt ausgerechnet haben, einfach nochmal die Spannung aus. U1 ist, U1 ist R1 mal I und U2 ist R2 mal I und dann mache ich die Zahlenrechnung natürlich wieder in Oktave. Also wir können ein U1b ausrechnen aus Ib mal R1b. Das sind 128 Volt und, äh, schreibe ich gleich ab und dann können wir noch ein U2b ausrechnen. Das sind so viel Volt und dann stelle ich fest, das ist irgendwie falsch, weil die beiden Spannungen, also U1b plus U2b, die sollten ja nicht 171 Volt ergeben, sondern die sollen 230 Volt ergeben. Also irgendwo ist hier noch so ein kleiner, ähm, Rechenfehler und Denkfehler in der Lösung meiner Aufgabe drin und ich, tja, gucke mal kurz durch, an welcher Stelle ich das hier eventuell versägt habe. Ähm, also das erscheint mir auf jeden Fall noch soweit logisch. Wenn wir das einsetzen, ähm, passt das auch. Also hier würde ja auch wieder diese Formel rauskommen. Ich nehme UQ. Also was steht denn in dem U drin? U sind 230. Das passt. Ja, also ich nehme das UQ, teile das durch die Summe von diesen beiden Widerständen im Quadrat. Dann sollte da, ähm, auf jeden Fall der Strom rauskommen. Das ist die Gleichung oben. 60 Quadrat und 35 zum Quadrat. Spannung durch das und davon die Wurzel macht 218 Milliampere. So, und dann habe ich den Widerstand R1. Ah, ich sehe meinen Fehler hier an der Stelle. Ähm, also R1b. Hier habe ich den, den alten Strom eingesetzt und nicht den neuen Strom. Dann ist dieser Wert falsch. Also hier kommen, gucken, ob ich radieren kann, ob mein Programm mich heute radieren lässt. Ne, wie üblich nicht. Ist auch nicht so schlimm. Dann nehme ich mal eine andere Farbe und mal mal drüber. Also, die Werte hier sind falsch. Wer vielleicht vorher schon aufmerksam mit überlegt hat, dem ist das vermutlich auch schon lange aufgefallen. Also 768 Ohm kommt da jetzt raus. oder, ja, 86 und das gleiche brauchen wir nochmal für den Widerstand R2. Und da muss da ein Faktor von 35 stehen. Dann macht das 267,5 Ohm. Und dann ergeben sich hier unten auch andere Werte für die Leistung. Die rechne ich jetzt natürlich auch nochmal neu aus. Also das P1, das sind dann 37 Watt und das P2 sind 12,75 Watt. Also haben wir hier 37,5 und 12,75. Die Einheit bleibt Bad. Die streiche ich mal vielleicht hier auch weg. Und wenn man damit jetzt nochmal neu die Spannung ausrechnet, also mit diesem Widerstand und mit diesem Strom, dann sollte da sowas passieren wie, also U1, B. Das hat man hier gerade schon mal. Das macht dann 171. Also interessanterweise genau die 171, die wir vorher schon mal hatten. Aber doch mit ein bisschen anderen Zahlenwert. U2, B macht das. Und das sieht man jetzt schon ganz gut im Kopf, dass das zusammenpasst, wenn ich jetzt die beiden addiere, dass da wieder 230 rauskommen. Also 171,6. 171,6 Volt und die zweite Spannung waren dann 58,4 Volt. Und die Probe, die man jetzt dann hier wunderbar machen kann und zum Glück habe ich so eine kleine Probe gemacht, ist, dass ich, wenn ich U1 plus U2 rechne, dass dann wieder UQ rauskommt für diesen Zahlenwert. So, und also nichtsdestotrotz, was ich vorher schon gesagt habe, also das stimmt immer noch, die Leistung ist jetzt größer geworden, die Leistung ist kleiner geworden. Eben genau mit dieser Begründung, kleinere Leistung macht einen größeren Widerstand, größeren Widerstand macht eine größere Spannung, eine größere Spannung aufgrund des Quadrats macht eine größere Leistung. Also in der, eigentlich kleinere Lampe wird mehr Leistung umgesetzt, in der größeren Lampe wird weniger Leistung umgesetzt. Wenn ich jetzt wirklich nicht an, kann man nochmal auch sehr schön rechnen, wenn ich die jetzt nicht an 230 Volt betreibe, sondern wirklich an der doppelten Spannung, also an 460 Volt, dann wird die Lampe eben ungefähr so hell leuchten wie die Lampe. Also in der eigentlichen 60 Watt Lampe werden 100 Watt umgesetzt. Also die leuchtet sehr, sehr kurz, sehr hell und dann nie wieder. Und in der 100 Watt Lampe, die leuchtet eben gar nicht so richtig, die glimmt etwas stärker und da werden eben nur die 60 Watt ungefähr umgesetzt, wenn man das jetzt so rechnen würde. So und, also ich muss jetzt eigentlich nur die Werte, die Werte hier nehmen und mal 4 rechnen. Doppelte Spannung macht vierfache Leistung, werden aus 23 mal 4, werden eben knapp 100, aus 15 mal 4, werden eben ungefähr 60. So und durch diesen selbst verstärkenden Effekt mit der Temperaturabhängigkeit wird dieses, dieser ganze Effekt jetzt einfach nur noch stärker. Also damit, mit ein bisschen verrechnen, sehr schöne Lösung dieser Aufgabe.